Ich bin mir vollkommen bewusst, dass viele Menschen, die das jetzt wahrscheinlich zu Hause im Fernsehen sehen, sich denken, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe all diese Einschränkungen satt. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe all diese Einschränkungen satt.